So, heute noch nicht viel berichtet, wegen Übertragung zwei Korts, wisst ihr ja, aber einer, der auch viel Stress hatte und jetzt Essen sucht, Tim Wacker. Tim, erzähl den Leuten mal, erstmal herzlichen Glückwunsch, weil er hier ein Sieg nach dem anderen einfällt. Erzähl kurz, eben habt ihr gewonnen gegen? Schmecken wir ja wenig. Genau. In drei Sätzen, ne? In drei Sätzen. Genau, und davor haben wir auch schon gegen, davor, das ist schon wieder so lange her, gegen, peinlich, peinlich für mich, ähm, für mich auch, aber, wer war denn da? Ah, Rom und Werner. Genau, Rom und Werner. Genau, da habt ihr auch irgendwie hinten gelegen, ne, der zweite war deutlich, genau. Da durften wir auch drei Sätzen spielen, ja, aber die beiden haben ja deutlich reingetütet bekommen und, genau, genau, der zweite war irgendwie, da stand 13,6 oder irgendwas. Ja, ja, der war ganz freudig. Genau, aber kann man auch mal rechnen, genau. So, jetzt hoffe ich, dass wir noch was zu essen finden und dann weiter viel Erfolg und dann sprechen wir uns nochmal später wieder. Danke dir, Tim. Danke auch.